Hallo Freunde, ich möchte euch einmal wieder was zeigen. Ihr kennt ja von mir schon mein Stativtischchen, das bauen sie vielleicht auch einige nach, haben sie es schon gemacht. Das Video dazu verlinke ich da herum und es gibt da wieder was Neues, nämlich wieder ein Tischchen, Auto und zwar das hier. Also ich muss gleich dazu sagen, auf mein Video mit dem Stativtischchen, hat mir der Andreas einen Kommentar geschrieben, den habe ich bei den Videos sowieso verlinkt, ich blende den da jetzt kurz ein und der hat mir auf die Firma Ascari verwiesen und zwar, das ist so ein Anglzubehör-Shop und die verwenden nämlich auch solche Tischchen zum Angeln und zwei. Das Ganze ist natürlich zerlegbar. Das ist ein Blechtischerl, der hat 20 x 20 und ein Teleskop, Fuß dazu, schön zum arretieren. Die gibt es in drei verschiedenen Längen, also diese Art in drei verschiedenen Längen, ich habe glaube ich den 35 bis 65, haben wir nicht alles geteischt, die gibt es auch mit einem anderen Erdspieß da unten, quasi mit so einer Spirale, alles mögliche. Hat da oben ein Gewind drin, dürfte aber auch ein Feingewind sein und passt natürlich da rein, das ist im Tischl schon mit eingebaut. Und somit hat man eigentlich ein super Tischl. Das Ganze hat 330 Gramm und der Heul an dem Ganzen ist, das Tischl, also Bankstick heißen diese Teleskopstange und Bankstick Tischerl, heißt das. Schaut du deine Linkschmeiß ich auch noch unten rein in die Beschreibung, dass du auf die Seiten kommst. Hat eine Menge anderes Angriffzeug auch, falls wer Interesse hat. Ist aber eine österreichische Firma, muss ich auch dazu sagen. Und der verlangt für das zwei Sachen, also den Tisch und den Erdspieß 14 Euro. Ja Freunde, da brauche ich nicht mehr lange überlegen, irgendwas selber basteln. Das ist fix fertig um den Preis. Es gibt auch noch eine Höchereis, ich glaube bis 75 Euro ist das dann ausgesiegbar. Aber ich sage einmal, das reicht doch vollkommen. Das ist das Pipi-Fenst. Ich zeige euch das einmal aus der Nähe. So schaut das halt aus. Okay, wir sind da nicht Kerzen gerad, ist mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich so wichtig. Und hinten haben wir die Nieten drinnen. Also Nieten sage ich, die Schrauben drinnen. Und in dem Sinn. Aber meiner Meinung nach ist das ein Feingwind. Also ich habe das noch nicht angeschaut, aber... Tschak, bumm. Auseinanderziehen. Und wir haben eine fix fertige Sache. Und das ist aber schon geil. Ja Freunde, das wollte ich euch nicht vorenthalten, das wollte ich euch zeigen. Falls wer noch ein Tischerl sucht, ein günstigst noch dazu, dann wäre das vielleicht noch irgendwas. Oder mein Statiftischerl nachbauen. Alles kein Problem. Wie gesagt, wollte ich euch zeigen, falls wer Interesse hat, wer nicht. Egal. In dem Sinn wünsche ich euch noch was. Danke und schönen Tag. Viertag.